Hallo und willkommen zu Modul 4 Vor- und Nachteile eines grünen Unternehmens. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, worum es in diesem Modul geht. Dieses Modul besteht aus vier großen thematischen Blöcken. Sie werden hier lernen, wie Ressourcen länger halten, was Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz bedeuten, wie Sie Chancen erkennen können, welche Art von Risiken Sie eingehen können. Wir möchten Ihnen einige grundlegende Informationen zu diesem Modul geben. Sie werden 15 Stunden benötigen, um dieses Modul abzuschließen. Sie finden fünf Übungen. Sie brauchen 66 Prozent richtige Antworten, um dieses Modul zu bestehen. Ihre Dozentinnen sind Gabriele, Wladimir und Peter. Wenn Sie erwägen, ein grünes Unternehmen zu gründen, kennen Sie diese wichtigen Begriffe bereits. Reduce – reduzieren, reuse – wiederverwenden, recycle – recyceln und repair – reparieren, sind die vier R-Wörter. Sie tragen dazu bei, den Abfall zu reduzieren, den wir wegwerfen. Daher sind Sie ein wesentlicher Bestandteil eines nachhaltigen Lebens und grüner Unternehmen. Was können Sie also als grüner Geschäftsinhaber tun? Sie sollten die Menge des von Ihnen produzierten Abfalls reduzieren, gehen, gegenstände so oft wie möglich wiederverwenden, bevor sie ersetzt werden. Recyceln Sie Gegenstände, wo immer es möglich ist, und reparieren Sie Dinge und werfen Sie sie nicht weg. Wie können Sie als Verbraucherin und Geschäftsinhaberin Dinge reduzieren, wiederverwenden, recyceln und reparieren? Hier ist eine Liste mit Beispielen. Kaufen Sie nur das, was Sie brauchen. Wählen und produzieren Sie Produkte mit weniger Verpackung. Kaufen und produzieren Sie Dinge, die Sie und Ihre Kunden wiederverwenden können. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie kann ich wiederverwenden, was ich habe? Überlegen Sie, wie Sie Dinge wiederverwenden können, idealerweise mehrmals, bevor Sie sie ersetzen. Ihre Kundinnen werden das honorieren. Hier sind einige Ideen. Füllen Sie Dinge wieder auf, anstatt neue zu kaufen oder zu produzieren. Flaschen, Tintenpatronen etc. Aktualisieren Sie Ihren Computer, anstatt einen neuen zu kaufen und den alten wegzuwerfen. Vermeiden Sie Plastik und wählen Sie stattdessen wiederverwendbare umweltfreundliche Taschen. Wie kann ich die Produkte, die ich verwende oder herstelle, recyceln? Beim dritten R geht es um das Trennen von Gegenständen. Wenn Sie sie trennen, können sie recycelt und für einen neuen Zweck verwendet werden. Zu den Materialien, die recycelt werden können, gehören Glas, Pappe, Aluminium, Bleibatterien. Zum Beispiel können die Komponenten Ihres alten Computers recycelt werden, um neue Komponenten und neue technische Geräte herzustellen. Sie könnten Ihr eigenes grünes Unternehmen gründen, indem Sie alte Materialien recyceln. Was bedeutet Repair, Reparieren, im Green Business? Das Cambridge-Wörterbuch definiert den Begriff Repair wie folgt. Etwas, das beschädigt oder kaputt ist oder nicht mehr richtig funktioniert, wieder in einen guten Zustand zu versetzen oder es wieder funktionsfähig zu machen. Es gibt bereits viele Unternehmen in Europa, die die Idee der Reparatur in ihr Geschäftsmodell aufgenommen haben. Jetzt möchte ich über Upcycling und Downcycling sprechen. Was bedeutet Upcycling? Kylie Fuller von Brightly erklärt den Begriff mit einigen guten Beispielen. Upcycling lässt sich am besten verstehen, wenn man es mit Downcycling vergleicht. Downcycling ist die Art von Recycling, an die wir normalerweise denken. Das Recycling von Papier oder Plastik. Diese Materialien werden zerlegt und wiederverwendet, um ein Produkt herzustellen, das weniger wertvoll ist als das Original. Das meiste recycelte Papier, zum Beispiel alte Zeitungen, wird als minderwertig eingestuft. Upcycling ist derselbe Prozess, bei dem alte Materialien wiederverwendet werden, aber es entsteht etwas wertvolleres oder hochwertigeres. Beim Upcycling werden zum Beispiel Materialien aus Plastikflaschen zu neuen Schuhen oder wiederverwertetes Holz zu hochwertigen Möbeln verarbeitet. Beides sind Arten des Recyclings. Upcycling unterstützt eine Kreislaufwirtschaft. Dinge werden mehrfach verwendet und wiederverwendet, anstatt nach einmaligem Gebrauch weggeworfen zu werden. Lesen Sie später mehr darüber, was Kreislaufwirtschaft bedeutet. Für einige Branchen wie die Textilindustrie sind Recycling und Upcycling neue Megatrends, die die Art und Weise, wie wir Kleidung herstellen, völlig verändern. Das war ein kurzer Überblick über das erste Kapitel in diesem Modul. Wie gesagt, dieses Modul besteht aus vier Kapiteln und Sie werden weitere Erklärungen und praktische Übungen im schriftlichen Dokument finden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit unserem Online-Training.